ok da ist noch ein bisschen wasser heus basislager entdeckt ok und fähigkeitspunkt haben wir erhalten der kult wird ganz heiß sein nach diesem sieg das war schon ok haben wir noch irgendwas einfaches was nur einen punkt erfordert nee ich glaube nicht zwei ist das minimum dann ja kann ja eh nichts machen das was war ich glaube nicht dass da jetzt wieder was neues ist nee ok gut zumindest haben wir den gefunden schnell schnell reise wäre jetzt ja auch mittlerweile möglich richtig also machen wir jetzt noch nicht könnte ich jetzt übers wasser auch noch irgendwo hin wahrscheinlich guck mal eben kurz hier nach ok ich kann tatsächlich da wo lang hier ist anscheinend nix ok zumindest da ist die bisschen jade ok aber wir können glaube ich jetzt nichts großartiges finden händler könnte ich auch mal aufsuchen bei den ganzen sachen die ich gefunden habe ich habe ja sogar paar neue sachen reinbekommen wer weiß ok also anscheinend ist hier nicht wirklich viel ja hast du recht das wollte ich auch gerade sagen gut dann gehen wir wieder raus gehen mal richtung brücke versuchen diese nebenmissionen zu erfüllen würde ich sagen und weil wir jetzt ja dieses wächterkostüm haben können wir auf jeden fall über die brücke rüber und dann ist da vielleicht dieser eine schatz noch zu finden den ich auch nicht kriegen konnte nicht vorhin schon markiert hatte so machen wir das das ist aber nicht die brücke die ich meine die brücke die ich meine ist ein ein bisschen größer ein bisschen immer noch im markt hast du so schön schau was ich für dich habe ja ich guck mal was hast du das schön das sechs himmels mantel mögen die götter dich an lächeln ja ich auch nee ich möchte diese anderen tussi hin die diese diese maschinengewehr hatte wo war das denn es hieß doch glaube ich die ist nicht mehr da dann gehe ich noch mal kurz zu ihr was gab es bei dir noch wie geht's willkommen wie geht's willkommen ich verkaufe erst mal sachen glaube ich wir brauchen diese ganzen kräuter überhaupt nicht die götter sind für uns ja 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 ähm vorschloss in den auffass verwendet ja ist aber alles voll ne also die nester verkaufe vielleicht nicht unbedingt aber das zeug hier bitte sehr das finde ich ja auch ständig genau wie das zeug die götter sind für uns und fälle hier Pfeiler und Granaten das Gifte ja egal was kann ich denn bei dir kaufen auch nur Müll ne was ist das da was ist das da Rucksack Großteil der Rucksack der die Tragkapazität für die natürliche magische erhöht den hätte ich gern sehr gut das finde ich auch mehr Tragkapazität ist immer gut ist immer gut da ist die genau da will ich hin jetzt darf ich hier auch durch hi Freunde so ich will da jetzt rein ich darf sehr schön oder es ist die Hauptmission ach das ist sogar die Hauptmission Moment dann gehe ich wieder zurück sorry ich dachte jetzt komme ich da endlich hin darf ich auch aber wie gesagt ich möchte gerne versuchen diese grünen Teile erstmal zu machen und dass sie Leute loszubinden vielleicht kriege ich da noch eine geile Errungenschaft für so wo ist denn jetzt der erste Grüne eigentlich rechts von mir also hier irgendwo ist einer gefangen gehalten ja hier verflucht sollen sie sein willst du mich jetzt endlich töten nein natürlich nicht das wäre barmherzig und Kukulkan kennt keine Barmherzigkeit nein Poma schickt mich zu euch sei still und halt die Augen offen er lebt Kolki lebt ich habe gehört wie er in dem Chaos den Rückzug befohlen hat ich bin sicher er lebt ok ich wollte eigentlich noch eine ganz normale Karte haben so da möchte ich hin da ist ja der nächste schon ich sehe ihn ich auch nicht du vergeudest deine Zeit ich werde gar nichts sagen ich bin nicht hier um dich zu verhören ich werde dich befreien Bestechung Verrat wäre viel schlimmer als der Tod das sehe ich auch so danke mein Freund geh ich folge dir nicht du und deine Freunde sind sicher nein der Kult hat uns erwartet ein Spion hat die Rebellion infiltriert ok kurz gucken es nervt ich möchte die normale Karte so eigentlich immer an der Küste entlang laufen und dann finden wir die schon oh was haben wir denn da ich dachte das wäre so ein Sporflinte cool das war jetzt Zufall ein zerlegtes Funkgerät irgendjemand hat dieses alte Walkie Talkie zerlegt vielleicht wollte er es ja nachbauen aha vielleicht sind das sogar irgendwelche Hinweise an die beiden Vorgängerteile weiß ich jetzt nicht aber na gut das war jetzt Zufall wieso werden mir jetzt die Dings nicht mehr angezeigt jetzt das ist ein bisschen merkwürdig alles da oben ist er ja kann ich sehen Mutter Vater bald sind wir wieder vereint bin ich schon im Jenseits bist du ein Geist nein ich bin lebendig genau wie du einer sterblich einer unsterblich so jetzt bist du frei ja ich wurde befreit der war ein bisschen sehr verworren so ich glaube oh da ist noch ein Viech links von mir ich denke schon oben irgendwo da ey da nicht du bist es nicht eigentlich hinter mir ist da über mir noch was Feiglinge wir alle das haben wir verdient wir haben kläglich versagt Puma konnte euch in dem Moment nicht helfen aber jetzt schickt er mich wir haben nicht gekämpft wir haben aufgegeben als wir umzingelt waren in den Tod marschiert ohne ein Tropfen Blut zu vergessen okay zum Puma zurückkehren gut war jetzt nicht so schlimm der Auftrag muss ich sagen das ging ganz gut das wird wahrscheinlich auch nicht alles gewesen sein weil das wäre sonst eher sehr einfach gewesen da ist schon die Brücke und da ist die andere Brücke jetzt ne äh nö sind nicht und trotzdem hier lang hopp so der war wo war denn der genau der war in der Höhle in der unteren okay dann muss ich hier wieder den Schleichweg hier gehen ein bisschen höher muss ich noch jetzt kann ich auch irgendwie ein bisschen Kräuter sammeln damit ich sie immer wieder verscherbeln kann jetzt kann ich aber alles wieder einsammeln hier ist ja geil gibt es sogar Erfahrungspunkte also eigentlich gar nicht schlecht wenn ich da mal ein paar Sachen verkaufe und dann neue einsammeln dann gibt es wenigstens mal wieder an Erfahrung wo war das nicht hier irgendwo Moment äh was ist das denn Schädelhöhle die ist das doch ne ja ich glaube hier unten ist irgendwo ja ich bin schon wieder zu und ich bin schon wieder zu hoch da war ich doch schon drin eine geöffnete Schatulle ach da ist das Lama oder Alpaka dann müsste hier die Höhle irgendwo sein da gefunden so mal gucken was er jetzt zu sagen hat vielleicht kriege ich einfach jetzt schon eine Belohnung gut das war es dann war es aber eine nette kleine Nebenmission die nicht viel Aufwand gekostet hat außer ein bisschen rumrennen irgendwo hier war er doch ne da oben so Poma ich hab vier Leute gefunden deine Freunde sind frei und da ist noch mehr Kolkwi lebt er stand vorne als die anderen umzingelt wurden er rief eine Warnung und rannte weg ausgezeichnet es gibt ein Problem es könnte sein dass ihr einen Verräter unter euch habt das weiß ich schon ich hab erfahren wie es ist als du nicht da warst und werde persönlich dafür sorgen dass er kriegt was er verdient okay hier nimm das zum Dank ich weiß deine Hilfe zu schätzen wenn du mit Kolkwi recht hast müsste er in dem Bergunterschlupf sein würdest du ihn suchen sag ihm wir sind in der Schädelhöhle ich finde ihn okay super äh okay ja was mit Wolfsleder gut Kolkis Rettung Kolkwi finden äh da war was ähm äh ist der auch auf der Karte eingezeichnet den hab ich auch noch nicht ach die sieben goldenen Vögel die muss ich auch noch finden da okay dann muss ich erstmal wieder hier raus ja einige Outfits gewährte Gameplay Vorteile ja gut machen wir dann noch ähm dann machen wir jetzt natürlich die Mission mit Kolkwi erstmal zu Ende so sie wieder ganz oh Gott wieder ganz zurück das ist natürlich echt mal ein bisschen ärgerlich ne weil das echt wieder Ewigkeiten weg ist okay also wieder laufen tapptada 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 ah manno ja das ist eigentlich ich glaubste auch noch irgendwas wo ich nicht rein konnte ne okay ist hier nicht drin ja hiermit ich weiß doch dass hiermit irgendwas war da kam ich nicht rein oder so aus irgendeinem Grund aber mittlerweile könnte ich hier vielleicht rein Gesundheit da war doch irgendwas mit kann ich mit dir reden ich habe Uchu noch nie so wütend erlebt Uchu wirklich was ist passiert ich sollte nicht ratschen aber er und Kabil haben sich gestritten sie haben geflüstert aber man konnte sehen dass sie immer wütender wurden ah Geheimnis entdeckt okay vielleicht sollte ich doch ab und zu mit ein paar Leuten reden ne ja egal ja was war doch mit diesen komischen Tempeldingern hier ich habe es schon wieder vergessen das ist das Schlimme wenn man lange nicht spielt dann weiß man die ganzen Zusammenhänge nicht mehr na gut dann lasse ich die jetzt erstmal da so gewähren ach da ist wieder die Treppe beziehungsweise Brücke so okay grün ist unten so irgendwo da oben ach ja was ist das eigentlich kann ich das ab ich sehe gerade was das kann ich doch bestimmt abknallen aber ich darf gerade nicht schießen hier hm sieht schon ein bisschen merkwürdig aus ne so hier habe ich hier einen Typen befreit und da oben geht es weiter okay was sagt denn die Karte hinter mir sagt die Karte wie komme ich denn jetzt rauf genau kann ich da hoch nee muss ich da ans Wasser also er steht auf jeden Fall über einem Wasser ich bin mir da jetzt echt nicht sicher wie ich da jetzt am besten hinkomme vielleicht hier drüber ah vielleicht hier drüber Moment das ist mir mal ein Lager da können wir kurz rangehen Dominguez Dominguez hat Unuratu und an den gefangenen Rebellen wird ein Exempel statuiert okay was für ein Chaos okay so ja das ist über mir hm also im Prinzip sie ist genau hinter mir aber über mir ähm ja wie komme ich da hin hm ja soll ich das doch mal mit dem Wasser probieren hier ich kann hier ja reintauchen und vielleicht ist das denn der Weg dahin ich weiß es nicht mehr genau versuchen wir das mal aha anscheinend sind wir auf dem richtigen Weg okay guck mal hier war der Weg schon immer da ich glaube nicht nee der Weg war auch noch nicht ne 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 der Weg war vorher nicht da das kann mir keiner erzählen ne das ist Tatsache jetzt das neue Einsatz hier okay dann finden wir doch den kleinen Verräter okay okay oh schöne Tempelanlage hier kolki 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 kam als du die anderen befreit hast wussten nicht dass er ein Jaguar Krieger ist er wollte mich bezahlen was sollte ich tun nicht weigern der Kult von Kukulkan hasst Fremde und Zerräter ich darf nur Pfeil und Bogen benutzen Gesundheit okay ich hab dich auch verarscht ja Mann ich hab's noch fast gehabt ich krieg dich schon du Penner ich hab's noch bis zur Zeit Das war's für heute. Ah, Kregel hier. Meine Fresse. Oh, ich krieg hier die Friese. Ich hab keine Pfeile mehr. Vielleicht die Wii umschalte. Meine Fresse. Ich hab ja auch grad keine Ruhe. Ich hab grad Pfeile eingesammelt, okay. Okay, wir die beiden. Oh, Pfeile. Sie ist verletzt, sagt er. Okay. 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 Okay, okay, okay. Okay, ja, ja, ja. Meine Fresse. Ich krieg hier durch. Fuck. Ja, warte. Ich hab keine Pfeile mehr. Ich hab keine Pfeile mehr. Oh, der hatte was. Verdammt. Ich brauch ein paar Pfeile. Der hat doch Pfeile. Meine Fresse. Ich weiß nicht mehr, wie ich Pfeile herstelle, ist das Problem. Okay, es sind doch drei Typen. Ich bin am Ende hier. Nein. Es werden immer mehr. Was soll ich denn tun hier? Was soll ich denn tun hier? Nein. Ich bin schifft. Oh, keine Pfeile. Ich bin eigentlich nicht. Oh, Lum. Ah, okay, jetzt bin ich gleich am Arsch. Kann ich nochmal, ich muss nochmal kurz gucken, Munition herstellen, kann ich das hier irgendwo nachgucken? Wir brauchen eine Stadt, Inventar, ja. Kann ich da oder ist das... Nein. Zumindest weiß ich jetzt, wie ich Feuerpfeile abschieße. Ein Feuerpfeil habe ich noch. Ach Gott, jetzt geschafft. Boah, und einen Fähigkeitspunkt erhalten. Okay, das war jetzt doch etwas anstrengender hier. Und wir haben einen Fähigkeitspunkt. Ja, wo ist jetzt Kolkoy? Oder Kolki, was ist da? Kolki, wo ist er denn nun? Das war's schon. Okay, dann bin ich hier durch, ja. Dann gehe ich nochmal ein paar Leichen ab und dann gehen wir einfach wieder zurück. Ja, das war nicht ganz so einfach. Darf ich jetzt wieder... Ich durfte hier auch nur die scheiß Pfeile benutzen, nichts anderes. Puh, okay. Okay, dann gehen wir jetzt zu dem Anführer zurück. Vielleicht gibt es ja nochmal... Beziehungsweise, ne, eigentlich gibt es keine Belohnung mehr. Wir haben ja gerade Fähigkeitspunkte gekriegt, das würde schon die Belohnung gewesen sein. Okay. Puh. Ich glaube, hier war auch direkt ein Lager. Könnte ich gleich mal eben gucken, ob ich was damit anfangen kann mit den Punkten. Und ansonsten, ja, gehen wir jetzt Richtung Hauptmission, würde ich sagen. Hier ist tatsächlich ein Lager. Okay, dann gehen wir mal eben kurz gucken. Puh. Tatsächlich, drei Stück haben wir jetzt. Ja, dann haben wir eben zwei dafür gekriegt, glaube ich. Weiß ich nicht genau. Was können wir hier noch machen? Überreste Outfits benötigen wir weniger Ressourcen, um ihre Frachtflöte herzustellen. Was gibt es hier? Da gibt es Ressourcenfindung, erhöhte Seltatiere zu finden. Was ist das nochmal? Ach, das wollte ich es mit zwei Leuten anvisieren. Ja, das brauche ich eigentlich nicht mit der Kräuterwischung. Ich gehe mal hier nochmal auf Waffen. Was ist da nochmal? Mit allen Pistolen kann Leuchtposition verwendet werden. Okay. Lockpfeile. Aha. Lockfallen. Was gibt es hier? Konzentration. Erschütterungspatronen. Was ist das? Was ist das? Erhöht effektiv die Konzentration. Das ist alles nicht so das, was ich jetzt noch will, ehrlich gesagt. Erhöhte Chance beim Plündern von feinen Tiere im Pfeile wieder zu erlangen. Das ist nicht verkehrt. Das finde ich schon mal nicht schlecht. Ich gucke gerade mal, was es hier noch so gibt. Überleben ist es nicht, der hält länger. Was ist das? Wahrnehmungspflanzen. Ich glaube, ich mache das hier. Finde ich gut. Okay. So. Halt. Da war ja noch was. Halt. Da war ja noch was. Entschuldigung. Ich kann bestimmt noch was upgraden. Ne, kann ich nicht. Gibt es auch nichts, ne? Ich behalte den, glaube ich, mal an. Weil das nicht verkehrt ist. So. Oder darf ich mit seinem Outfit vielleicht immer nur Fein und Bogen nehmen? Das kann natürlich auch sein, ne? Äh. Ich will der eigentlich nicht nochmal wieder rein. Wollte jetzt eigentlich wieder zurück. So. Okay. Dann gehen wir jetzt endlich mal Richtung Hauptmission. Ich werde mal gucken, wo die jetzt genau war. Ähm. Moment. Ach so, ja. Über die Brücke. Genau. Über die Brücke. Magnetideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideide